hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe unserer sendung ihr kennt mich ja ich bin euer roman danke dass ihr die letzten videos euch angeschaut habt und wir werden weiterhin diese videos beibehalten und wie gesagt ich brauche eigentlich nicht viel reden im vorspann ich sage nur schaut euch die nächsten videos auch an danke dass sie die anderen videos auch schon angeschaut habt schuldig bitte wenn wir nicht in den videos viel reden oder gar nicht reden das muss man ja mal dazu sagen wir können nicht immer was sagen manchmal sagt es auch oder manchmal sind einfach nur videos beziehungsweise bilder einfach gold wert ohne dass irgendeiner ein vollquasselt natürlich kennt ihr das dass wir gerne euch die arbeitsschritte beschreiben aber wie gesagt das hat derjenige selbst geplant wir haben es dementsprechend ausgeführt er wollte das so haben machen wir das dann halt so und ich sage jetzt trotzdem schaut euch die videos weiter an und film ab so 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 okay so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Spannungsgeladene So, jetzt geht's. Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.